Hallo, willkommen zurück zu Yooka-Laylee! Wir sind immer noch auf der Suche nach dem blöden Schweinchen, denn ich weiß, sie ist hier irgendwo. Ich weiß, dass sie kriegen muss, aber dafür muss ich trotzdem ein Helikopter werden. Mal erstmal suche ich sie. Schweinchen, hier drinnen vielleicht? Schweinchen? Hier drinnen? Nope, kein Schweinchen. Kein Schweinchen. Schweinchen da drinnen vielleicht? Nee. Schweinchen? Kein Schweinchen. Schweinchen? Schweinchen da drinnen? Schweinchen? Okay. Guck mal, ich hoffe, Schweinchen, aber okay, ich nehm's. Ich denke mal, das ist okay. Fragezeichen? Guck mal, Schweinchen. War der Ort immer schon da? Kommt mir irgendwie falsch vor. Ich dachte, so ein Ort wäre mir aufgefallen, aber anscheinend bin ich doof und nein. Aber okay, ich nehm's. Warum nicht? Schweinchen, ich komme, um dir zu helfen. Hallo? Was denn? Ich hab nichts gemacht. Ihr könnt es nicht beweisen. Moment. Bist du der Kerl, der Leute für lau herum kutschiert? Irgendwie wär's zu Smidding gefallen? Ach klar, warum nicht? Wohin denn? Er ist Sahne. Gut, komm mal. Hier ist mein Hinweis. Bahne den Weg. Stimm tapfer vor. Bring mich in den Casino-Tresor. Verstanden? Okay. Den Tresor. Wo ist der Tresor von hier? Wo ist der Tresor? Warte, war's der Ort, wo ich vorne das ganze Geldstip jetzt habe? Oh, das ist der Ort mit dem ganzen Geld. Oh, verdammt, wo war der? Gute Frage, wo war der? Ja. Da hinten? Nee. Ah, vielleicht doch. Ah, doch, da. Okay. Da ist der Ring. Ich ball dich, 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 ich ball dich. Schnell, 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 schnell. Aha. Rein, 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 rein. Ach, gut, look up. Uh, 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 uh. Sau stark. Das war eine krasse Fahrt. Na gut, weg ist dein Belohnung nicht. Du bist in Ordnung. Ah, dankeschön. Wo ist mein Geld? Da. Nein. Okay. Wie komme ich da rein? Die Tür ist auf. Geh einfach rein, Mädchen. Die Tür ist auf. Scheu dir die so. 40. Uh. Sind das alle? Nee. Oder? Mir fehlt noch eine... Mir fehlt noch eine... Feder, glaube ich. Ich glaube, mir fehlt eine Feder. Sind das alle Tokens? Das wäre cool, aber ich glaube es irgendwie nicht. Ach, gucken wir mal nach. Checken wir es aus. Vielleicht sind es wirklich alle. Ich meine, es ist zumindest eine gerade Zahl. Das ist gut. Alles gut, Zwergnase. Dann tausch uns mal flott diesen Gewinnmarken gegen Paitis ein. Was? Wie habt ihr? Ich meine, gut gemacht, meine Herren. Ihr müsst wirklich eine Menge Glück haben, wenn ihr unsere eindeutig manipulierte, bald auf dem Schrott auf landende Casino-Mitarbeiter besiegen könnt. Ah. Nice. Habe ich jetzt alles hier? Oh, fast. Mir fehlen noch drei... Oh, drei Federn fehlen mir noch. Nein, drei Federn. Wie soll ich die denn finden? Nein. Wie soll ich die denn finden? Okay, wo ist die Pfeife? Wer pfeift mir zu? Hallo, Pfeifen irgendwo? Kein Pfeifen hier. Drei Federn, wie ungünstig ist das denn? Nope. Ich glaube, dafür mache ich mir ein bisschen leiser. Einfach, weil ich dann besser die... das Ding hören kann. Nope. Upsi. Das war nicht mein Plan, aber okay. Ja, nochmal kein Pfeifen. Okay, vielleicht da lang? Nope. Alles noch super still. Hier vielleicht? Alles ruhig. Muss ich vielleicht irgendwo reingehen? Die Frage ist nur, wo? Ich meine, da war ich denn drin, ne? Könnte da vorn mal reingehen, nochmal. Da. Vielleicht habe ich da was vergessen. Finden wir jetzt raus. Wie dann? Wie dann? Warte, sind es genau drei? Warte, sind es genau drei? Es sind genau drei. Yes! Leute, wir haben es. Das Casino ist auch voll. Guckt es euch an. Oh, wie schön. Haben wir auch alles. Oh, sehr gut. Jetzt fehlen nur noch hier 15 Federn, ein Geist und ein Pagy. Dann haben wir es auch wieder. Leute, wir kopfachen. Ach ja, und dann fehlt noch Hybrid Tower, was gefühlt 80 Stunden dauern wird. Ob ich es da ist, habe dann Kanuk. Wird alles noch schief gehen. Egal. Wui! Wo ich da alle finden werde, weiß ich auch nicht mehr dann. Dann bin ich überfragt. Ich meine, da hinten ist irgendwas. Da kann ich irgendwie nicht rein. Das habe ich noch richtig weiß. Da ist ein Pagy hinter. Wie komme ich da rein? Warte, kann ich da oben vielleicht rein? Kann ich da oben erst noch rein, wo die ganzen Buchstaben rauskommen? Äh, die haben wohl jetzt ein dickes, fettes... Nein. Nein. Kann ich da rein? Oh, warte. Nope. Okay. Ah. Wie komme ich da rein, ist die Frage für mich. Oh, warte. Oh, warte. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Nein, falsch. Nee, nee, nee. Das will ich machen. Domino Day. Yes. Domino Edition. Tatsache. Haha. Jetzt geht die Tür auf, oder? Ja. Wie wäre es euch gefallen, wenn ich in euer Haus käme und Sachen werfe? Äh, gut. Nicht gut. Egal. Bye. Meins. Danke. Nice. Einer weniger. Ich wusste, ich komme dahinter. Und jetzt fühle ich mich schon zehnmal schlauer. Beinfrag geht das. Okay. Muss ich trotzdem gucken, wie ich voran... Oh, warte. Ah. Da war ich auch noch hinter, glaube ich. Oh. Die Flüge werden auch immer immer unangenehmer hier. Was mache ich hier? Wofür ist das da? So einen Grund haben, weil Bücher mit Pfeilen sind zwischendurch. Und das Einbuch mit Pfeilen ist da. Das da. Was mache ich damit? Also zeigen, da ist ein Ausgang, falls man hier unterfällt. Das ist auch möglich. Ja, es könnte auch sein. Vielleicht ist es nur ein Ausgangsschild. Okay. Falls man hier unterfällt, deswegen. Da oben war ich ja schon drauf. Da oben war das komische Rätsel mit dem Schiebeding, ne? Und der Boss ist, glaube ich, auch hier gewesen. Wie komme ich jetzt zum nächsten Level? Ach ja. Ist sogar nicht hier. Oh. Oh Gott. Ist so knapp. Stimmt ja, ich hätte mich das gar nicht hier gewesen, das Level. Level auf der anderen Seite. Das Level war nämlich da. Da muss ich lang kommen, um dahin zu kommen. Und da vorne muss ich mal lang fliegen, wenn man hinzukommt. Ich war ja genau da vorne konnte ich mal lang fliegen. Wo ist das? Ach, donk, Yuka. Die Luft überfüllt. Oh Gott. Ich versuch's trotzdem. Ich versuch's mal. Warte, geht das hier? Ne, warte, das hier. Oh, das funktioniert. Ah. Okay, das war's wert. Das muss ich da machen. Ja, ich muss fliegen. Ne, muss ich nicht. Ich muss nur rollen. Ich muss nur rollen mit Schild. Das macht Sinn. Ey, ich komm voran. Zwei neue Puzzleteile außerhalb der Level. Das macht dann nur noch Kanonk 8 oder so, die mir fehlen hier. Was immer noch viel ist, aber weniger als vorher. Und ich nehme jeden kleinen Sieg, den ich kriegen kann, okay? Braucht das. Braucht das. Nehme jeden kleinen Sieg. Egal wie klein. Sieg ist ein Sieg. Egal wie arm sehe ich, das klingt. So, weiterfliegen. Wiii. Wiii. Verspannend, dass aus der Flüssigkeit Buchstaben rauskommen. Das heißt, die haben Wörter verflüssigt? Ist das, was das sagen soll? Und da geht's zur vierten Welt zurück. Ah ja. So, und da ist die Welt, wo ich rein möchte. Da ist die Welt. Wo mir nur noch ein paar Federn fehlen. Ein Geist fehlt. Und ein Pagy, das ich... Ich weiß, was es ist. Ja, ich weiß, ein Mies. Ein Pagy, das ich bisher nicht gefunden habe. Weil es gefühlt überall sein kann. Ja, so ist das Leben leider. Okay, ich höre schon mal Geräusche. Ja, ich höre schon. Ja, ich höre schon mal Geräusche. Irgendwo. Oh, ist viel lauter. Sehr laut. Wo ist denn das? Ich gehe mal hier hoch, dann weißt du, wo es ist. Ich entferne mich wieder, das ist nicht so gut. Lass mich kurz oben drauf, dann weißt du, wo es ist. Nicht, da unten muss irgendwo sein. Oh. Ich komme näher, wenn ich hier bin, bin ich nah dran. Hier empfände ich mich wieder, als muss es hier irgendwo sein. Ist es hier irgendwo? Oh. Okay. Ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo es ist. Okay, ich brauche mein Boot. Ich brauche mein Boot. Ich frage, ob das Federn sein sollen, ob das vielleicht ein... Weiß nicht. Meist könnten Federn sein. Noch als andere sein. Wer weiß das schon, ne? Pong. Ich gehe vom Federn aus. Weil für einen Pagey wäre es zu unwichtig eigentlich. Ist ja keine richtige Aufgabe. Und es geht davon aus. So. Da muss ich lang. Ich bin halt nie dann zurückgegangen. Das weiß ich noch. Ich bin da nie zurückgegangen. Ich weiß gar nicht wieso. Ich wusste eigentlich, dass da was ist. Na ja. Jetzt weiß ich auf jeden Fall. Und wir holen uns das jetzt auch. Es sind... Drei Federn. Jetzt hätte ich es gewusst, ne? Gruselig. Das reicht doch nicht. Ja. Zwölf fehlen mir noch ganz. Oh, Jesus. Dann fehlen mir 100 pro noch ein ganzes Level hier. Dann fehlen mir noch ein ganzes Ding. Mit zwölf Federn fehlen habe ich irgendwas vergessen. Irgendwas vergessen zu machen. Hundertprozentig. Aber was? Ich war doch überall, oder wie? Wo war ich überall? Ich dachte eigentlich, dass überall war. Mal gucken. Ich war beim Roboter. Ich war hier drauf. Ich war auf dem... Ich war da an dem Golfplatz. Ja, ich war hier. Ich war da drin. Ich war da drauf. Ich war da drin. Ja. Ich habe den runtergeschossen. Dann kam der da hin. Hier war ich drauf. Hier war ich, um die Sterne zu fangen. Das war die Sternenregenfangspiel. Das war ganz cool. Ich war da drauf. Ich war da drin. Ich war da drauf. Kann ich da rein? Nö. Nö. Dann war ich da auch drin. Okay. Da sind die Klose, die ich nicht verstanden habe. Okay, irgendwas ist hier anscheinend gut zu wissen. Was mache ich damit? Aufstoßen? Aufdrücken? Was mache ich damit? Gegenhauen? Nö. Hier hoch komme ich auch nicht sonst drauf. Deswegen muss ich gucken. Oh, der... Ah! Jetzt ist raus, jemand Hilfe! Hallo, wo liegt denn das Problem? Dem Himmel seit Tagen geht rein, herrscht echt das Chaos. Der Abfluss ist im Heimer und ich stehe am Rand eines ernsthaften Problems. Herrje, wie können wir helfen? Wenn ihr die Toilette nutzen möchtet, müsst ihr nach unten gehen und den Abschluss reparieren. Aber seid schnell. Dieser Kabine geht das Klobabier aus und ich habe nur noch diese goldene Stippe Papier hier. Kannst du es bitte anschließend waschen? Wie sollen die Dinger? Lady, wir machen so schnell wir können. Guter Mann, halte durch. Danke vielmals, Leute. Moment, ich habe mir... Ich mache die Tür vor euch auf. Ich habe die Verbindung. Aha! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe Angst. Rohre im Weltraum, super. Toll! Natürlich, du hast weh, was sonst. Nein. So, jetzt aber. Oh. Oh, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht hier. Oh, ihr habt es. Und jetzt ist hier sauber, das ist gut. Oh. Okay. Station. Oh, das ist eine Plattform, wo ich draufstehen kann. Verstehe. Kann ich hier auch? Wollen und sicher sein? Ja, bin ich. Okay. Okay, was genau soll ich tun? Wo ich fragen darf. Oh, warte. Okay, ich habe die Idee. Ja, das muss ich rollen. Okay. Verstehe. Wie viel Fehler fiel mir jetzt noch eine? Ich habe das Gefühl, ja. Ah, da müssen wir noch. Vielleicht zwei. Sechs. Okay. Okay, sechs ganze noch. Das ist gerne so wenig. Jetzt geht's ja durch. Ah, ich hätte auch ziehen sollen. Okay, ich hätte ziehen sollen. Nicht schieben sollen. Okay. Das war mein Fehler. Wo war es mein Fehler? Ne. Ich weiß jetzt nicht so. Ah, ha, ha, ha. Hier oben drauf. Au. Los, los, los. Schieb, 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 schieb. Okay. Yay. Jetzt soll es funktionieren. Ja. Jetzt sieht es funktioniert aus. Das war mein Fehler. Was war das denn für eine dumme Aktion hier? Jetzt soll es gehen. Ja. Jetzt klappt es. Ja, ich spür, ich bin gerettet. Ach, sehr schön. Damit haben wir den Payton, den wir brauchen. Das heißt, es fehlt euch nur noch die... Falsch. Es fehlen uns nur noch die sechs. Federn. Und die... Und die restlichen Sachen. Wie läuft es da drin so? Viel besser, danke. Ich habe eure Belohnung wirklich verdient. Jetzt ist gerade etwas nachgerutscht. Ich werde hinterher alles noch ein wenig brauchen. Danke. Ich hoffe, es geht gut aus da drin. Trotzdem sind die Geräusche noch. Wow. Ja, ich bin sonst tot. Ich bin... Ja, ich bin tot. Ja, gut. Ähm... Der Sturz war nicht geplant, aber er ist passiert. Abweckt, wenn wir hier. Wo ist die... Wo ist die... Wo ist die Gequietche? Hier vielleicht? Da von den Bäumen? Nope, nicht von den Bäumen. Tifa, die Bäume. Von hier. Tiefer von hier. Tiefer von hier. Gefällt mich wieder. Hier war schon gut. Hier ist es besser. Nein, nicht da. Können wir die Glätsche schon benutzen? Nein. Wahrscheinlich nicht. Was ist da so ein Lauschi drin? Was soll ich hier finden, wenn ich fragen darf? Vielleicht irgendwas ist da drunter? Ne, es soll schon da sein scheint. Ich bin so verwirrt, gerade ungelogen. Oh. Oh, das wäre so clever, wenn hier es so wäre. Nop. Nop. Oder vielleicht? Nop. Ich auch leise. Hier sind wir auch. Hier ist so ungefähr. Wo soll ich immer sein? Ist halt nichts hier zum Klo. Ganz cool ist, aber mir auch nicht. Kleine mal hier rein. Gleich gehört hier unten was hin. Mal kurz zuhören. Sound wieder leiser machen wie vorher. Hier vielleicht irgendwas? Nein, hier ist nichts. Okay, da ist alles ruhig. Dann muss es an der Oberfläche sein. Aber wo an der Oberfläche? Ah, es kann überall sein. Ich wünsche euch, es gäbe mehr Hinweise. Tue mal vielleicht? Tue mal vielleicht? Nope. Nope. Nope, es ist glaube ich hier, aber ich höre es halt nicht. Was soll denn das? Upsi. Nicht sterben. Oh nein. Layli müssen, Layli müssen es weilen. Schnell Layli. Hinter. Hinter. Oh, so schmerzhaft. Ah. Schnell. Einmal noch. Ah, jetzt sind wir da. Okay. Da drunter ist halt auch nichts. Was, wenn ich weggehe? Was dann? Willst du leiser? Spannend hier. Ich habe gar nichts mehr. Und hier. Hier oben höre ich dann wieder Geräusche. Ich hasse dieses Ding. Dieses Queech ist so unhilfreich. Es hilft ja kein Stück, weil ich nicht weiß, wo es ist. Jetzt sagt mir so, in der Nähe, hier in der Nähe. Aber was heißt denn in der Nähe? So, ich gehe jetzt hier drauf. Was jetzt? Aber hier drin, ich kann nicht rein. Oh, ich kann doch machen. Ich drehe durch. Gut, das macht jetzt Sinn. Gut, dann sehe ich schon mal drei Federn. Jetzt ist Stille, oder? Ja. Gut. Hier ist Stille. Und wir machen auch gleich Stille, denn der Part ist vorbei. Noch zwei, drei Parts, dann sind wir durch mit allem. Dann geht es zum Endboss gegen Capital B. Oh, das wird anstrengend. Aber es wird lustig. Wir werden schon Spaß dran haben, ne? Gut. Dann danke ich schon mal fürs Zugucken. Und bis nächstes Mal dann. Tschüss. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020